Making of Making of Hoppa! Herzlich Willkommen zu Making of Nr.24 Und guck mal, leider Tiger der Serie ist schon top zur Zeit weil Tiger Team ist krank. Register Murat ist auch krank, seit einer Woche schon. Darum von hier aus erstmal gute Besserung Murat und geht's mich aus. Und dann komme ich auch noch zum nächsten Thema. Normalerweise heute Montag 17 Uhr ist Google Pillows Hangout mit Register Murat und Tiger und auch das muss leider heute Ausfallung machen, aber nächste Woche wir probieren wieder zu schaffen. Also nächste Woche wieder Google Pillows Hangout. Guck mal, wir sind jetzt hier am Tisch und Tiger der Serie hat nicht nur eine Register Murat, wenn man Serie Produktion macht, es gibt natürlich auch eine Produktion und ein Produktion Team und heute, ich mache euch Vorstellungen von einem Produktion Team, vom Chef vom Produktion Team Federico. Hallo Tiger. Kannst du vielleicht für Tiger Fans sagen, was ist die Aufgabe vom Produktion Team? Du bist ja Produktion Team, Chef, Assistent, du bist ja Tri in Vaniane. Ja klar, ich habe viele Aufgaben, aber als Italiener kann ich sie sehr gut erledigen. Also das allerwichtigste ist, dass du immer in deiner Tasse, in der Tasse von Tiger immer Benzin gibst. Ansonsten kriegen wir alle Probleme und das ist eine der wichtigsten Aufgaben, die ich habe. Du hast gehört, also immer Kaffee muss da sein, immer Chai, Büro Benzin und Benzin für Tiger, Chai muss da sein. Machst du alles super und er macht natürlich auch Fatsche Book Tiger Seite, weil ich manchmal ich habe keine Zeit und wenn du da liest, euer Tiger Team, Tiger, das ist Federico, er macht Antworten und jetzt heute hast du ihn kennengelernt. Vielleicht ein Spruch nochmal für italienische Tiger Fans, hallo, schön, dass ihr zuguckt und wir freuen uns, wenn ihr weiter zuguckt. Schöne Grüße vom Tiger Team. Italiener, schau Tiga, denn es ist sehr interessant, es ist sehr riecht und super simpatic. Wir sind glücklich, wenn ihr Tiga guckt, ich sage nicht, dass ihr abonniert auf Youtube. Super, ich habe nichts verstanden, aber ich habe Hunger bekommen, wir gehen gleich Pizza essen. Viele haben geschrieben, das sieht super aus, Grafik, Logo, von Tiger Serie an Wand und an Bus oder an Auto, KGPA, Logo. Super, natürlich und da kann ich euch mal kurz Vorstellungen machen. Heute im Bereich Grafik, Animation, Michelangelo von Tiger Team, das ist Moritz. Merhaba Moritz. Merhaba Tiger. Moritz, vielleicht kannst du für Tiger Fans mal vielleicht etwas Kleines zeigen, so Showmo machen, was du machst, was deine Aufgabe ist. Ja cool, versuchen wir mal hier anhand von einem Beispiel, wo wir das Tiger Logo auf dem Werbeschild eingebracht haben. Das haben wir hier, das ist das Original. Da müssen wir rein technisch als allererstes erstmal mit einem Programm praktisch feststellen, wie bewegt sich das Ganze hier. Da haben wir hier unseren guten Dr. Kolocchi. Gine Kolocchi. Und wir haben jetzt die Bewegung analysiert und haben dieses Schild, das haben wir hier, da reingebracht und es ist jetzt wirklich auf der Bewegung von dem ganzen Traum. Ja, ich kann gleich nochmal das kleine Stückchen abspielen. Das haben wir jetzt praktisch so. Ja? Gerne und danke Moritz. Wir werden sowieso später noch mehr Fragen stellen, Interviews machen, wie geht Grafik sowieso, du machst auch 3D-Animation und all das kann man später mal in nächsten Makin erstmal Vorstellungen machen. Okay, danke und ich schneide dir mit. Das heißt, mach du weiter deine Arbeit. Und wir kommen jetzt zur Kategorie User-Kommentars. User-Kommentars! Und heute leider Regisseur Murat ist krank, darum ich habe mir Verstärkung dazu gehört, einen Ersatz. Federico, heute wir machen zusammen. Merhaba, Merhaba, Tiga. Merhaba, ciao. Und ja, Federico, ich würde sagen, du kannst anfangen. Also wir fangen an erstmal mit Kommentar zu Tiga Street Clips, zu Neue, zu Nummer 140, Bauschittele Berlin, da hat jemand was geschrieben. Sam1999 sagt, bitte in Zukunft mehr Street Clips machen, Tiga, der Serie ist auch gut, aber wir haben dich mit Street Clips kennengelernt und wir möchten bitte wieder mehr Street Clips, ja? Hadi. Hadi, schüss. Richtig, sag mal nochmal Street Clip. Street Clip. Und Shit Street Clip. Shit Street Clip. Shit Street Clip, tamam, okay. Gute Frage, guck mal, Shit Street Clip, natürlich machen wir weiter und wir wollen natürlich auch machen Tiga der Serie weiter, weil Tiga der Serie ist eine andere Form von Geschichte, Erzählung, das ist richtig Film, aber wir haben nicht so viel Geld, weil wir sind keine Paraproduktion, nur Paraproduktion, darum wir müssen machen so die kleine Torte Stück für Stück und wir machen beides weiter, Tiga der Serie und Shit Street Clip, hast du ja gesehen, drei neue Videos haben wir gemacht und beides muss weitergehen und wird weitergehen. Noch kein Kommentar? Das ist ein Vorschlag von King Kong Kalle, das ist ein Vorschlag für den nächsten Typ, unsere liebe, nette, pünktliche BVG. Eine schöne Idee, ich mache mit Tiga Team Gedanken und ja, es gibt bestimmt eine schöne Erzählung machen. OleoT1998 schreibt, ey Tiga, du und dein Team, ihr seid echt super, ja? Super, gut. Macht weiter so, ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kommentar liest und ihn in den nächsten User-Kommentars-Show-Zeigungen machen könnt. Das war echt super, ja? Das haben wir gemacht. kostet 5 Euro. Das ist RCS95, sagt, Tiga, Tiga Abi, super Sinn, ja? Weil er macht weiter so. Und eine Frage, von wo bist du aus der Türkei? Gute Frage. Und das heißt, Super Sinn, heißt, ich mag dich, ich finde gut, was du machst, so heißt es, aber du hast gut ausgesprochen. Und ja, ich komme aus Türkei, aus Kaisere, also Tiga Mama, Tiga Papa ist aus Kaisere. Ich bin irgendwann mit, irgendwann ganz hinten mit LKW, über drei Tage, über Istanbul, bin ich nach Kreuzberg gekommen. Aber mehr darf ich nicht verraten, wegen Polizei. Noch kein Kommentar, also von Tiga, Folge Nummer 141, Kemal Klein, von 1, EinsamerWolf, schreibt, richtig geile Story, wie lange habt ihr für das Video gebraucht und wie kamt ihr auf die Geschichte? Einfach so oder lange geplant und probiert? EinsamerWolf, guck mal, das sind drei Fragen und drei mal fünf Euro, plus nochmal 50 Euro, 100 Euro für Top Secret Information, was gibt es 1000 Euro. Also wenn du uns 10.000 Dollar gibst, ich kann dir alles sagen. Ansonsten, ich muss für sie sprechen. Genau, und mit Rabatt kriegst du auch 10.000 Dollar, mit Rabatt von Tiga, oder? Ja, Rabatt, Rabatt System auf Türkisch, kommt am Ende immer Plus raus, wird immer teurer. Darum, erster Preis immer zuschlagen, ist so. Eine schöne E-Mail haben wir bekommen, kann ich auch mal vielleicht Vorlesung machen, von Batu und er hat geschrieben, Selam, Super Tiga Team. Ich habe eine Idee, wie ihr die Serie weiter drehen könnt, ohne den neuen Ibo. Da müsstet ihr nicht warten, bis ihr einen neuen findet. Danke Batu, das ist wirklich eine gute Idee, weil das ist wirklich ein großes Problem. Mal gucken, was er sagt, der Batu für eine Idee. Mach einfach so, dass der Ibo vermisst ist, also dass er entführt wurde, oder sowas, und Tiga ihn dann in Berlin sucht, zum Beispiel in diversen Bars, Institutionen, oder in Rot-Dich-Bürsic. Also zwei Folgen mit findet Tiga Ibo und schon sind zwei Wochen Wartezeit versüßt. Batu, das ist eine gute Idee, wenn Regisseur Murat ist wieder gesund und mit unserem Tiga Team, wir können uns Gedanken machen und das ist wirklich eine gute Idee. Vielleicht geht Tiga der Serie so weiter. Und wie wirklich weiter geht und ob wir Ideen haben, Umsetzung gemacht, oder ob deine Idee uns auf andere Ideen gebracht hat, das werdet ihr sehen. Ja, wenn Murat ist wieder gesund, nächste Woche, ab nächste Woche geht Tiga der Serie hoffentlich weiter. Und natürlich nicht vergessen, LTA-Technik. Was ist LTA? Ganz einfach, Liking, Teilung, Aboing. Und Federico, vielleicht kannst du dich nochmal verabschieden und sagen wir mal Tschüss auf Italien. Tschüss, das war Making-Off von heute. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci, Arrivederci a tutti in diesem Making-Off Nr. 24. Non dimentichare, fare Abo, ci vediamo la settimana prossima. No, Mercoledì. Hey! Bravo, Dankeschön, Tschüss! Vicky Garcia!